Es hat sich abgekühlt. Paulchen? Tja, Sonne ist weg, bewölkt. Das Nieset so leicht vor sich hin. Boah, so konnte es bleiben, nicht da gehen. Nur wenn ich zu Aldi fahre, da wird nicht regnen. Paulchen? Na, jetzt ist Angenehmer, nicht? Die fällt dir auch so, nicht? Ja, klar. Jetzt soll ich meine Füße hier wegnehmen. Die müssen ja nur nicht auf hier. Jetzt wird nicht wieder gesperrt. Wegen Nacktheit. Nackte Füße. Da muss der Paule gucken, oder? Du hast ja keine nackten Füße. Du hast ja Fell. Herr Paule? Herr Paule? Herr Paule wird verbaut. Hier können wir das dir achten. Untertitelung des ZDF, 2020